Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mord am Mittwoch. Ich melde mich zurück aus meinem Podcast-Provisorium. Ich ziehe immer noch um, auf Instagram könnt ihr das Ganze sehr genau beobachten. Und es ist ein Chaos. Seit Tagen lebe ich aus Koffern und Kisten heraus und glaubt mir, das eine oder andere Mal habe ich deswegen schon richtigen Rappel bekommen. Stellt euch vor, ich wache morgens auf, völlig verklatscht, viel zu spät, muss eigentlich schon längst los und dann finde ich dieses eine Oberteil. Ich habe die Kisten durchwühlt und ich habe rumgemotzt und vielleicht ist auch ein Tränchen an dem Tag gekullert. Aber so langsam fügen sich die Dinge, morgen bekomme ich endlich einen Kleiderschrank. Ich freue mich so sehr und dann läuft das alles hier ein bisschen geordneter. Das hoffe ich zumindest. Ich habe mich aber gerade ein bisschen frisch gemacht für euch. Ihr wisst, ich mache das immer für euch. Und habe auch einen neuen Duft mitgebracht. Ihr wolltet mal wieder eine Empfehlung von mir hören. Das ist der Montal Roses Musk und es heißt, dass Miss Kim Kardashian diesen Duft hier immer verwendet. Und ich verstehe wieso. Es riecht elegant, es riecht feminin, es duftet ganz krass nach Rosen. Also das muss man mögen. Aber man riecht einfach wie eine Rose in so einem schönen Garten. Nur ein bisschen eleganter irgendwie. Ich kann es kaum beschreiben. Ihr müsst ihn mal testen. Wenn ihr auf Rose steht, dann ist das auf jeden Fall eine wunderbare Option. Ansonsten freue ich mich natürlich wie immer, dass ihr alle dabei seid, dass ihr eingeschaltet habt und mir zuhört. Und ich weiß gar nicht, ob ich euch oft genug sage, wie schön das für mich ist, weil das absolut nicht verständlich ist. Und immer mal wieder treffe ich auf ein paar von euch und mein Herz geht jedes Mal auf. Und ja, ich wollte euch einfach nochmal gesagt haben, schön, dass ihr hier seid. Jetzt habe ich aber genug gequatscht. Wir starten in den heutigen Fall. Macht es euch gemütlich, holt euch was Warmes zu trinken und los geht's. Der heutige Fall ist einer, der das Urteilvermögen von uns Menschen in Frage stellen lässt. Wann können wir uns sicher sein, dass der Mensch uns gegenüber die Wahrheit erzählt? Dass diese Person sein wahres Gesicht zeigt? Und wie sollen wir erkennen, ob es sich nur um ein Schauspiel handelt? Ich denke, jeder von uns hat das Gefühl, andere Menschen gut einschätzen zu können. Mit mir kann keiner ein Spiel spielen. Und dann sitzt man mit seinen Freunden bei Werwolf zusammen und spätestens dann merkt man, hey, die können ziemlich gut lügen und nein, ich hab's nicht erwartet. Fast jeder von uns wurde irgendwie, irgendwo, irgendwann mal getäuscht, angelogen, ohne dass wir es bemerkt haben. Und da gibt es die kleinen Lügen, die harmlosen. Ich kann heute nicht kommen, ich fühle mich krank oder nein, die Farbe steht dir ganz hervorragend. Aber es gibt auch die anderen Lügen. Lügen, die gefährlich sind und anderen vielleicht sogar das Leben kosten. Für uns geht's ins Jahr 1974. Johann Unterweger ist da gerade mal 24 Jahre alt. Hinter ihm liegen Jahre, in denen er immer wieder bei der Polizei aufgefallen ist. Schon als Minderjähriger sitzt er wegen Diebstahls ein paar Tage lang im Gefängnis und kommt danach in eine Erziehungsanstalt. In seiner Kindheit lebt er immer wieder in Heimen. Als er alt genug ist, arbeitet er mal hier und mal dort. Er versucht sich unter anderem als Kellner oder Hilfsarbeiter, später dann als Zuhälter. Vielleicht, weil seine Mutter eine Prostituierte war, zieht es ihn immer wieder ins Rotlichtmilieu. Von seiner Mutter wird er schon früh zu seinem Großvater abgeschoben. Seinen Vater, einen amerikanischen Soldaten, nennt er nur Erzeuger. Die Taten des jungen Johann bleiben nicht bei Diebstählen und Zuhälterei. 1973 und 1974 steht er in drei Fällen im Verdacht, Frauen bedroht und vergessigt zu haben. Doch so richtig kann man ihm diese Übergriffe nicht nachweisen. Auch weil wohl zwei der Frauen so verängstigt sind, dass sie sich zu diesem Zeitpunkt nicht trauen, den Missbrauch anzuzeigen. Das bringt uns in die Nacht des 11. Dezember 1974. Da trifft sich Johann, der sich irgendwann nur noch Jack nennt, mit einer Frau namens Barbara. Manche sagen, dass die beiden einfach Bekannte waren. Andere sprechen davon, dass sie sehr gut miteinander befreundet waren. Barbara soll auf jeden Fall etwas für Jack übrig gehabt haben. Und vielleicht in ihm mehr gesehen haben, als einen Bekannten oder einen Kumpel. Außerdem soll sich Barbara für ihn prostituiert haben. Auf dem Straßenstrich verdient sie Geld. Etwas für sich, aber vor allem für Jack. Und wieder einmal erinnert mich das an unseren Loverboy-Fall. Wir haben ja in einer Folge mal über die Loverboy-Masche gesprochen und das Muster ist so ähnlich. Sie möchte Jack gefallen, sie möchte alles tun, um seine Gunst und seine Aufmerksamkeit zu bekommen und so verkauft sie ihren Körper. Und Jack weiß das auszunutzen. Es scheint so, als hätte er sie so manipuliert, dass sie einfach macht, was er sagt, ohne es zu hinterfragen. Die beiden treffen sich auf jeden Fall und fahren als erstes zu dem Haus von Barbaras Eltern. Dort wollen sie Geld und noch ein paar andere Dinge klauen. Dieser Plan funktioniert aber nicht, weil sie es nicht schaffen, in das Haus hineinzukommen. Also setzen sie sich wieder ins Auto und fahren einfach in der Gegend herum. Auf ihrer Fahrt begegnen sie zufällig einer Bekannten von Barbara, der 18-jährigen Margaret Schäfer. Die beiden waren wohl mal Nachbarinnen und Margaret ist in der Wohngegend gerade auf dem Heimweg von einem Abend mit Freunden. Da der Diebstahl bei Barbaras Eltern ja nicht funktioniert hat, beschließen sie kurzerhand, Margaret auszuraufen. Sie halten am Straßenrand und bieten ihr an, dass sie sie doch nach Hause fahren könnten. Margaret lässt sich schließlich dazu überreden, ins Auto einzusteigen. Ich meine, es handelt sich ja auch nicht um fremde Personen. Schließlich kennt Margaret Barbara und ich glaube, dass sie deswegen überhaupt nicht lang gezögert hat. Da ihr Zuhause auch nicht weit entfernt ist, handelt es sich eh nur um eine kurze Fahrt. Doch kurz nachdem sie losgefahren sind, hält Jack den Wagen schon wieder an. Er fesselt Margaret mit dem Gürtel ihres Mantels. Dann nimmt er ihre Tasche an sich. Und damit ist noch nicht Schluss. Alle drei fahren zusammen im Auto weiter. Nach einer Weile biegt Jack in einen Waldweg ab. Überlegt mal, was Margaret da für eine Angst gehabt haben muss. In diesem Wald möchte Jack die junge Frau aussetzen, damit er und Barbara Zeit haben, zu flüchten. Doch als der Wagen hält, hat er es sich anders überlegt. Er befiehlt Margaret, sich auszuziehen in der kalten Dezembernacht. Mittlerweile ist es schon nach Mitternacht. Es ist dunkel. Er zieht die Frau tiefer in den Wald hinein. In der einen Hand umfasst er Margarets Arm und zerrt an ihr. In der anderen hält er eine Stahlrute. Margaret muss starr vor Angst gewesen sein. An diesem abgelegenen Ort würde eh niemand ihre Schreie hören. 15 Minuten später kommt Jack aus dem Wald zurück. Ohne Margaret. Ohne ein Wort zu sagen, setzt er sich neben Barbara in den Wagen. Sie hatte währenddessen im Auto gewartet. Bei seiner Ankunft stellt sie keine Fragen. Die beiden fahren zurück und auf dem Weg wirft Barbara die Stahlrute aus dem Fahrzeug. Zu Hause schreibt Jack in sein Tagebuch. Er vermerkt die Vorkommnisse seines Abends mit den Worten Mord an Margaret Schäfer. Puh, da muss ich ganz kurz durchatmen. Das ist so eine grausame Szene. Stellt euch vor, da sind zwei junge Menschen, die eigentlich vorhaben, ein Haus auszurauben. Das ist nicht cool. Darüber brauchen wir nicht zu diskutieren. Aber dass daraus dann der spontane Mord an einer 18-Jährigen wird? In dem Waldstück hat Jack der jungen Frau mit der Stahlrute ins Gesicht und auf den Oberkörper geschlagen. Dann hat er ihre Unterwäsche genommen und sie mit dem Draht des BHs gewürgt. So lange, bis sie nicht mehr atmet. Es ist ein wahnsinnig kaltblütiger Mord. Aus extrem niederen Beweggründen. Und anscheinend vollkommen spontan. Wer entschließt an einem random Abend einfach, jemanden im Wald zu töten? Margaret hatte Jack nichts angetan. Sie war einfach nur zur falschen Zeit am falschen Ort. Jack Unterweger kann für den Mord an Margaret schnell überführt werden und bekommt für seine Tat lebenslänglich. Es gibt noch einen anderen Mordfall, bei dem Jack vielleicht der Täter war. Doch diese Tat konnte ihm nicht so richtig nachgewiesen werden. Und er ist zu der Zeit, als die Vermutungen aufkommen, schon lebenslang inhaftiert. Weshalb die Untersuchung dann eingestellt wird. Wie gern würde ich jetzt sagen, vielen Dank, dass ihr zugehört habt und bis zum nächsten Mal. Denn die Taten von Jack bis hierhin waren schon schlimm genug. Und man könnte meinen, dass dieser Mann jetzt seine Strafe bekommt und das Problem damit gelöst ist. Aber leider befinden wir uns gerade erst am Anfang des Falls. Jack kommt in eine Haftanstalt, die bekannt ist als eines der härtesten Gefängnisse Österreichs. Die Insassen sind teilweise 23 Stunden am Tag in ihrer 12 Quadratmeter Zelle. Tatsächlich soll es nicht selten vorkommen, dass einer der Häftlinge Selbstmord begeht oder es zumindest versucht. Auch Jack geht es in seiner Haft nicht gut. Ihm erscheint seine Situation aussichtslos und auch er ist teilweise psychisch komplett an seinen Grenzen. Er holt seinen Schulabschluss nach und widmet sich im Gefängnis irgendwann sehr intensiv der Literatur. Er findet Gefallen an der Poesie. Er schreibt Texte. In seiner Jugend hat er die Schule und seine Bildung abgebrochen. Doch in seinem Haftalltag versucht er das alles nachzuholen. So gründet er eine Literaturzeitschrift namens Wortbrücke und zeigt sich auch sonst als vorbildlicher Häftling. Sonja von Eisenstein, eine Schriftstellerin, die sich ehrenamtlich für Strafgefangene engagiert, wird irgendwann auf ihn aufmerksam und sie fördert ihn. Sie motiviert ihn, weitere Texte zu schreiben und er erkennt, dass sein literarisches Talent, gerade weil er ein Häftling ist, als etwas Besonderes angesehen wird. Er nutzt also die Aufmerksamkeit für sich, um Zuwendung zu erhalten. Jack schreibt Sonja Briefe, in denen er von seiner anderen Seite, seinem Drogen-Ich, spricht, über das er keine Kontrolle habe. Diese Seite zwinge ihn dazu, Dinge zu tun, die er gar nicht tun will. Und Sonja hat Mitleid mit ihm. Seine Werke berühren sie. Außerdem erzählt er davon, wie toll es wäre, wenn er Einnahmen für veröffentlichte Texte an Kinderheime spenden könnte. Ihr merkt selbst, Jack verkauft sich als eine gute Person, die nur einen Fehler begangen hat und diesen Fehler wahnsinnig bereut. Also ermutigt Sonja, ihn seine Geschichte aufzuschreiben. Erst später findet sie heraus, dass Jack vermutlich niemals an das Kinderheim gespendet hat. Doch da sind seine Texte schon längst veröffentlicht. Es gibt also einige Projekte von Jack, die während seiner Haftzeit veröffentlicht wurden. Beispielsweise schreibt er Gute-Nacht-Geschichten für Kinder. Das Traumänlein ist eine Radioproduktion, die vom österreichischen Rundfunk ausgestrahlt wird. Dort werden eben solche Gute-Nacht-Geschichten dann vorgelesen. Und bei diesem Format werden tatsächlich Texte von Jack Unterweger veröffentlicht. Texte, die er aus seiner Gefängniszelle heraus schreibt. Außerdem veröffentlicht er Gedichte, Theateraufführungen und einen autobiografischen Roman namens Fegefeuer. In seinen Texten geht es oft um seine schwere Kindheit und um seinen Weg in die Kriminalität. Und das soll durch die Kindheit quasi unumgänglich gewesen sein. Während seiner Haft hat eines seiner Theaterstücke sogar Premiere und wird aufgeführt. Fegefeuer wird als literarische Beichte eines gesellschaftlichen Außenseiters gefeiert. Sein Werk Endstation Zuchthaus, in dem er Kritik am Strahlvollzug äußert, gewinnt den österreichischen Dramatikpreis. Immer wieder wird er Knastpoet genannt und zunehmend gefeiert. Jack bekommt dadurch immer mehr Unterstützer und vor allem Unterstützerinnen in der Literaturszene und alle sind von ihm begeistert. Es wird sogar mal eine Petition gestartet, damit Jack eine Lesung eines seiner Bücher abhalten darf. Und es hat Erfolg. Jack darf also während seiner Haftzeit eine öffentliche Lesung seiner Werke veranstalten. Justizbeamte und Personen, die in kulturellen Bereichen als sehr hoch und sehr wichtig angesehen werden, reisen für dieses Ereignis an. Darunter sind dann Schriftsteller, Journalisten und Beamte. Jack zeigt sich sehr reumütig bei diesem Event. Und an der Stelle bin ich richtig zwiegespalten, weil ich finde es auf der einen Seite ja total wichtig, dass auch Häftlinge die Chance darauf bekommen, an sich weiter zu arbeiten und sich irgendwie zu entwickeln und vielleicht noch was zu lernen oder was zu tun. Auf der anderen Seite hat Jack einem jungen Mädchen auf brutalste Art und Weise das Leben genommen. Warum darf dieser Mann jetzt gefeiert werden? Warum darf er seinen Träumen nachgehen, obwohl er einem unschuldigen Mädchen alle ihre Träume genommen hat? Ich finde es eine ganz, ganz schwierige Diskussion. Jack kreiert ein ganz bestimmtes Bild von sich selbst. Mit diesem Bild will er dann die Öffentlichkeit von sich überzeugen. Und dabei steht nicht im Fokus, dass er ein verurteilter Mörder ist. Er erzählt eben immer wieder von seiner Kindheit, die er bei seinem Großvater verbrachte. Jacks Opa war scheinbar ein Alkoholiker und ein Mann, der gegen den kleinen Jack auch öfter mal die Faust erhoben hat. Jack hat also laut seiner eigenen Erzählungen viel Gewalt und Brutalität in seiner Kindheit erfahren. Dadurch erzeugt er das Bild von sich als der Arme, der Verlorene, die verlorene Seele, die keine andere Wahl hatte, als böse zu werden. Jetzt habe sich das aber geändert. Jack wird als charmanter und einfühlsamer und sensibler Künstler wahrgenommen. Er verkauft sich jetzt als neuen Menschen und möchte, oh Wunder, aus dem Gefängnis raus. Diesem Vorhaben kommt entgegen, dass zu der Zeit der Gedanke in der Öffentlichkeit immer lauter wird, Verbrecher nicht stur wegzusperren, sondern sie wieder in die Gesellschaft zu integrieren. Sie zu resozialisieren. Und wer könnte da besser geeignet sein als der talentierte Jack? Er gibt der Gesellschaft schließlich auch etwas zurück. Seine Literatur. Seine klugen Gedanken. Der Druck, den Jacks Anhänger von außerhalb machen, der wird immer größer. Gutachter, der Gefängnisdirektor und viele Personen der Kultur- und Literaturszene scheinen komplett enthusiastisch zu sein. Sie alle wollen Jack in der Freiheit sehen. Die Frage, ob Jack eine medizinische Therapie braucht, die wird sich gar nicht richtig gestellt, weil er eben nicht als gestörte Person angesehen wird. Er wird als Künstler verstanden, als eine gebrochene Seele. Jegliche Bedenken oder Einwände werden ignoriert. Und schließlich wird Jack nach 15 Jahren Haft im Zuge eines Resozialisierungsprogramms aus dem Gefängnis entlassen. Und das wird von den Menschen, gerade denen aus der Kulturszene, als Erfolg gefeiert. Sie haben einen Künstler befreit. Eine Therapie durch einen Experten, die hat Jack nie bekommen. Am 23. Mai 1990 verlässt er das Gefängnis. Der Gefängnisdirektor soll gesagt haben, Zitat, Einen so gut auf die Freiheit vorbereiteten Mörder finden wir nie wieder. Denn Jack gilt als Vorbild. Ein Mörder, der sich komplett gewandelt hat und der nun als Schriftsteller und Reporter erfolgreich ist. Er weiß einfach, wie er sich verkaufen muss und welche Worte er benutzen soll. Und genau das hat mich wieder an das Werwolf-Spiel erinnert. Für alle von euch, die es nicht kennen, bei dem Spiel geht es darum, herauszufinden, wer der Werwolf ist. Wer die Werwolf-Karte gezogen hat und alle versuchen, sich als unschuldig darzustellen. Und Jack Unterweger ist der perfekte Werwolf. Er weiß, wie er nach außen hin wirken muss. Er weiß, was er sagen muss, um andere zu täuschen. Auch bei späteren Interviews äußert er immer wieder seine Reue für seine Tat. Der Mord sei nun mal passiert und daran könne er ja nichts mehr ändern. Es hört sich bei ihm so an, als wäre der Tod von Margaret etwas, das passiert ist, aber das man eh nicht hätte verhindern können. Aber natürlich ist es Jack, der die Verantwortung dafür trägt. Es ist nicht einfach so passiert und es handelt sich nicht um einen kleinen Fehler, so wie man den mal macht. Es handelt sich um einen grausamen Mord. Aber es funktioniert. Die Menschen scheinen zu vergessen, was Jack getan hat. Immer wieder redet er von einem Blackout und von Drogen und keiner scheint zu erkennen, dass es das Böse in Jack war, das diese Tat begangen hat. Jack möchte nach seiner Entlassung das Leben genießen, Partys, Reisen, seine Freiheit richtig feiern. Er tourt mit seinem Buch durch das Land und baut sich ein Image auf. Jack ist ein eher schmächtiger Mann und relativ klein gebaut. Er beginnt auffällige weiße Anzüge zu tragen und kauft sich einen teuren Mustang. Das gilt als Markenzeichen des Reporters. Er versteckt sich nicht, sondern kommt mit seinem Auftreten gut bei den Frauen an. Das ist auch ein Phänomen, was ich nie verstehen werde. Wie kann man als Frau auf einen Frauenmörder stehen? Ich würde mir immer denken, wie konntest du das einer von uns antun? Wir Frauen, wir müssen doch zusammenhalten. Mädels, was ist da los? Und Jack kommt richtig gut an. Er hat zu der Zeit jede Menge Affären. Also wirklich eine ganze Menge. Jack notiert in seinem Notizbuch, wann er wo welche Frau getroffen hat. In etwa anderthalb Jahren soll Jack nach eigenen Aussagen mit mehr als 120 Frauen geschlafen haben. Er ist sehr charmant und kann mit seinem Selbstbewussten auftreten, seiner Wortgewandtheit und seiner einfühlsamen Art viele Frauen verführen. Margit Haas ist damals eine sehr gute, enge Freundin von Jack. Sie beschreibt ihn als Menschen, der sehr schnell wusste, wie er sich seiner Person gegenüber verhalten muss. Doch da ist noch was anderes. Etwas, das die Frauen auch anzieht. Es ist nicht so, als würden sie nicht wissen, was Jack getan hat. Sie wissen, dass er eine Frau brutal umgebracht hat. Eine Frau soll Jack mal gefragt haben, ob sie sich denn traue, zu einem Mörder ins Auto zu steigen. Und, anders als jetzt jeder erwarten würde, ist sie davon nicht abgeneigt. Jack hat eine ganze Menge Verehrerinnen aus unterschiedlichen Schichten der Wiener Gesellschaft. Dieses Phänomen, das, was ich nicht verstehe, lässt sich übrigens mit Hybristophilie betiteln. Das ist ein psychologisches Krankheitsbild, bei dem meist Frauen romantische oder sexuelle Gefühle für Straftäter und Mörder entwickeln. Hierbei spielt der Reiz der Risiken eine große Rolle und das kann auf manche Frauen anziehend wirken. Das, was ich einfach als Stress und Panik und Angst bezeichnen würde, das finden sie sogar sexy. Selbst wenn das Risiko das eigene Leben ist. Das Böse und die Verbrechen lösen in den Frauen eine Faszination aus. Zudem glauben von Hybristophilie betroffene Frauen häufig, dass der Täter sich ändern wird und dass er ihre Hilfe dafür braucht. Und dieses Phänomen, das kennen wir wahrscheinlich alle von dieser einen Freundin, die mit dem größten Deppert zusammen ist und immer wieder betont, dass sie es schaffen wird, ihn zu ändern, dass er nur ihre Hilfe braucht. Aber man kann niemanden ändern, der sich nicht ändern will. Auch wenn Täter im Gefängnis sitzen und für schreckliche Taten verurteilt wurden, bekommen viele Straftäter eine Menge Post von Frauen in ihre Zelle. Auch Täter, über die wir bei Mord am Mittwoch schon geredet haben, erhalten romantische oder auch sexuelle Nachrichten und Angebote im Gefängnis. Jack Unterweger nutzt das aus. Ich habe auch immer wieder gelesen, dass die Frauen am Anfang Mitleid mit ihm hatten und deshalb den Kontakt gesucht haben. Wo ich mir denke, Mitleid? Jack erstellt in der Öffentlichkeit aber ja das Bild seiner schwierigen Kindheit und dass er der Ausgestoßene und Missverstandene sei. Von der Gesellschaft schlecht behandelt, ausgegrenzt. Jack steht mittlerweile am Höhepunkt seines Ruhms als Autor und Reporter. Er gibt Interviews, hat Auftritte im Fernsehen, gibt Lesungen und verkauft sein Buch. Was die meisten zu diesem Zeitpunkt nicht wissen, Jack Unterweger hat mit seiner Rolle als Literat im Gefängnis ein extrem gutes Schauspiel veranstaltet. Er hat den Werwolf durchgespielt. Oftmals stammt die Literatur, für die er gefeiert wird, nichtmals von ihm. Er klaut Gedichte von anderen Dichtern und Poeten und schreibt manchmal ganze Strophen ab oder ahmt sie nach. Viel später stellt sich auch heraus, dass seine autobiografischen Bücher nicht immer bei der Wahrheit geblieben sind. Diesen Betrug scheint damals aber keiner zu merken. Nach dieser ersten euphorischen Zeit, nach den 120 Frauen und dem Auto und den Anzügen, geschieht Folgendes. Das Interesse an dem Ex-Häftling sinkt. Die Verkaufszahlen seiner Werke gehen zurück. Texte, die er veröffentlicht, scheinen nicht mehr die gleiche Qualität zu haben wie zuvor. Das ist frustrierend für Jack, aber es lebt sich außerhalb vom Gefängnis natürlich trotzdem besser als drinnen. Er kann schließlich als Journalist arbeiten und seine Affären haben. Während Jack seine Freiheit nun also genießt, herrscht in Wien bei vielen Frauen im Rotlichtmilieu große Angst. Dort zwischen den Bars, den Clubs und Bordellen verschwinden immer wieder Frauen. Frauen, die auf dem Straßenstrich gearbeitet haben, die auf einen Kunden gewartet haben und plötzlich nicht mehr auftauchen. Innerhalb weniger Wochen verschwinden vier Frauen aus dem gleichen Bezirk. Der österreichische Rundfunk schickt daraufhin Jack in diesen Bezirk. Er arbeitet mittlerweile als Journalist und soll über die Fälle, über die Angst der Frauen und die schlimmen Taten im Rotlichtmilieu berichten. Da habe ich mich gefragt, wie kann man einen Frauenmörder als Reporter für Frauen einsetzen? Also wieso lässt man ihn auf Frauen los und wieso lässt man ihn Frauen befragen, ob sie Angst haben und wovor sie Angst haben? Vor Männern wie dir, Jack. Davor haben wir Angst. Aber man hält ihn für den richtigen Mann, weil ihm das Milieu nicht fremd ist und weil seine Mutter ja wohl auch eine Sexarbeiterin war. Aber, naja, der Plan scheint aufzugehen. Jack zeigt sich als einfühlsam und er redet davon, dass er Verständnis für die Frauen habe. Viele fühlen sich wohl mit ihm und sie reden mit ihm. Er fragt die Frauen, ob sie Angst vor dem Mörder haben und wie sie sich jetzt benehmen, wo er frei herumläuft. Immer wieder interviewt Jack die Frauen. Immer wieder kommt die Frage, wie sie sich schützen und was sie tun, damit der Mörder sie nicht bekommt. Ihn interessiert auch, was die Polizei tut, um den Mörder zu fassen. Immer wieder zeigt der Reporter starkes Interesse an den Mordfällen. Nach dem bereits vierten Mord in dem Rotlichtmilieu interviewt Jack den Chef des Wiener Sicherheitsbüros. Hofrat Max Edelbacher. Jack und der Sicherheitsbeauftragte reden über die Mordfälle, über die Schwere der Morde und die Problematik, den Täter zu finden. Jack drängt nicht, wie die anderen Personen von der Presse, um an Informationen zu kommen. Er hört einfach gut zu und die beiden führen ein angenehmes Gespräch miteinander. Erst später erfährt Hofrat Edelbacher, dass Jack bereits wegen Mordes vorbestraft ist und eine Zeit lang selbst im Gefängnis saß. In dieser Zeit, in der Zeit seiner Recherchen, reist Jack nach Amerika. Dort wohnt er im berühmten Cecile Hotel. Tatsächlich bin ich durch das Cecile Hotel auf den Fall Jack Unterweger gestoßen. Denn über das Cecile Hotel haben wir schon mal gesprochen und dort ist so viel passiert. Also wenn ihr die Folge noch nicht gehört habt, hört auf jeden Fall mal rein, weil dieses Hotel ist ein verfluchter Ort. Anders kann mir das keiner erklären. Früher war es auch so richtig runtergekommen und es sah von außen schon super gruselig aus. Mittlerweile ist es renoviert worden und ich kann mir vorstellen, dass man dem Hotel ein neues Image verpassen möchte, weil das alte Image ist einfach nur gruselig und regt niemanden dazu an, dort wohnen zu wollen. Aber ja, hört auf jeden Fall mal rein, weil verfluchter Ort, keine Ahnung, was da los ist. Und natürlich wird auch Jack Unterweger von diesem Ort angezogen. Für alle, die sich gerade denken, Lucia, warum übertreibst du so? Was kann an diesem Ort schon Komisches passiert sein? Hier eine kleine Zusammenfassung. Zwischen 1954 und 1962 beenden drei Frauen ihr Leben, indem sie aus einem der Fenster dieses Hotels springen. In einem Fall stirbt auch ein Passant auf der Straße dabei. Zwei Jahre später wird eine verstümmelte Leiche in einem der Hotelzimmer gefunden. Ein Täter kann nie ermittelt werden. Außerdem hat der Serienmörder Richard Ramirez 1984, also nur ein paar Jahre vor Jack, während seiner Mordserie für etwa sechs Wochen dort gelebt. Er hat mindestens 13 Menschen umgebracht und viele weitere vergewaltigt und ausgeraut. Richard wird später bekannt als der Night Stalker und er soll sogar in Klamotten voller Blut durch das Hotel gelaufen sein, nachdem er von einem Mord zurückgekommen ist. Der Night Stalker wird ein Jahr später dann gefasst und zum Tode verurteilt. Neue und traurige Aufmerksamkeit bekommt das Cecile Hotel, als 2013 eine junge Kanadierin namens Elisa Lam in dem Hotel zu Tode kommt. Auch über diesen Fall haben wir gesprochen und der ist mehr als mysteriös. Ihr Tod sorgt für sehr viele Verschwörungstheorien. Sie gilt zunächst als vermisst und wird dann in einem Wassertank auf dem Dach des Hotels gefunden. Die Hotelgäste hatten sich zuvor über einen niedrigen Wasserdruck beschwert. Außerdem soll das Wasser komisch süßlich geschmeckt haben. Und diesen Wassertank kann man nur mit einem bestimmten Schlüssel öffnen und der Deckel ist unfassbar schwer. Sie selbst hätte dort nicht reinkommen können. Und in eben diesem Hotel checkt Jack jetzt ein. Jacks Unterkunft ist nicht weit entfernt von dem Straßenstrich und einer Polizeiwache. Er stellt sich bei dem Beamten in L.A. als Journalist vor, der hier eine Reportage über die negativen Seiten der Stadt machen möchte. Und tatsächlich wird er von dem Beamten mitgenommen. Auf Streife. Und sie erzählen ihm viel über die Kriminalität und das Sexgeschäft in L.A. Während seiner Arbeit interviewt er auch Prostituierte. Es gibt Tonbandaufnahmen, auf denen man die Gespräche hören kann. Er fragt die Frauen zum Beispiel, ob sie mit einem Traum nach Los Angeles gekommen sind. Eine seiner Interviewpartnerinnen, deren Identität man nicht kennt, sagt, jedes Mal, wenn du auf den Straßenstrich gehst, spielst du mit deinem Leben. Jedes Mal, wenn du in ein Auto steigst, könntest du sterben. Und damit hat sie leider recht. Allein während Jack in Los Angeles im Cecile Hotel ist, werden mindestens drei Prostituierte ermordet. Den Fällen wird aber leider viel zu wenig Beachtung geschenkt. Denn die getöteten Frauen gehen in einer Vielzahl von Straftaten in L.A. unter. Außerdem scheint es so, als würde sich niemand so sehr für das Schicksal dieser Prostituierten interessieren. Was super schade ist und was wir auch immer wieder feststellen müssen. Die drei Frauen in L.A. werden mit ihrem eigenen BH erdrosselt. Ihr erinnert euch, Jack hat sein erstes Opfer, Margaret, im Wald mit ihrem eigenen BH stranguliert. Ich finde, diese sehr spezielle Vorgehensweise kann schon als eine Art Handschrift bezeichnet werden. Doch natürlich wird durch die Distanz zwischen Wien und L.A. keine Verbindung gezogen. Zu Hause darf Jack seine Erfahrungen und Recherchen, die er in Amerika gesammelt hat, im Fernsehen erzählen. Jack berichtet im Auftrag des Rundfunks, also über die Morde sowie die Ängste von Sexarbeitern in Wien und in L.A. Er recherchiert weiter im Rotlichtmilieu und redet dort mit Frauen auf dem Straßenstrich wieder über ihre Ängste und die aktuellen Ermittlungen. Denn nicht nur in L.A. sind ja Frauen gestorben, sondern auch schon zuvor in Wien. Und leider gehen diese Mordfälle weiter. Und nicht nur dort, auch in Prag, Bregenz und Gras verschwinden und sterben Frauen. Insgesamt elf Frauen sterben durch den gleichen Tathergang. Die Frauen verschwinden vom Straßenstrich und werden später tot aufgefunden. Alle werden mit ihrer eigenen Unterwäsche stranguliert. Es kann sich anfangs niemand so recht vorstellen, dass der Vorzeigeautor Jack Unterweger etwas mit diesen Fällen zu tun haben könnte. Er ist doch so einfühlsam, gerade wenn er die Frauen interviewt. Ein richtiger Frauenversteher. Er ist weich geworden, lieb, ein Literat. Jack hat sich viele Freunde gemacht und keiner verdächtigt ihn. Doch plötzlich gerät er in den Fokus der Ermittlungen. Denn es gibt Ähnlichkeiten. Ähnlichkeiten zwischen Jacks Mordfall und den Morden an den Prostituierten. Kann es sein, dass der renommierte Reporter, der, der eine zweite Chance bekommen hat, einfach weitermordet? Zwar ist Jack zum Zeitpunkt der Morde immer in der Gegend, aber es fehlen die Beweise. An den Leichen können keine Spuren festgestellt werden. Das Strangulieren mit der eigenen Unterwäsche der Opfer ist das einzige Indiz, das Jack mit den Taten verbindet. Und so bleibt er auf freien Fuß. Aber er wird beobachtet. Selbst als Jack merkt, dass er in den Fokus gerät, wird er nicht direkt ängstlich. Menschen in seinem Umfeld glauben nicht, dass Jack etwas damit zu tun haben könnte. Als es Anfang 1992 durch neue Beweise dann plötzlich doch sehr eng wird für Jack, flüchtet er mit seiner damaligen geliebten Bianca nach Miami. Bianca ist 17 Jahre alt, als sie Jack kennenlernt. Die beiden begegnen sich das erste Mal in einer Disco. Jack muss damals um die 40 gewesen sein. Und ganz ehrlich, mit 17 ist man halt noch ein Kind. Und er war 40 so. Zudem macht Jack kein Geheimnis daraus, dass er ein verurteilter Mörder ist. Trotzdem verliebt sich Bianca in ihn. Als die Anschuldigungen zu den Morden an den vielen Frauen kommen, flüchtet sie mit ihm. Sie sagt, dass sie ihm geglaubt habe, dass er nichts mit all dem zu tun hat. Über seine vergangene Verurteilung sagt sie, Mich hat's emotional nicht berührt. Das ist ein Teil seiner Vergangenheit. Er hat seine Strafe abgesessen. Er hat mir immer glaubhaft versichert, es tue ihm leid. Es ist einmalig. Und er ist froh, dass er wieder draußen ist. Er würde das doch nie aufs Spiel setzen. In Miami leben Jack und Bianca in einer Wohnung zusammen. Die beiden genießen das Leben. Die Sonne und den Lebensstil in der großen City. Es fühlt sich für sie nicht so an, als könnte er leicht geschnappt werden. Jack klaut für seine Freundin sogar einmal eine Kappe. Und das ist ja ein riesiges Risiko. Falls er bei dem Ladendiebstahl erwischt, dann würde man von ihm erfahren und man hätte seinen Standort. Und das alles für eine Kappe. Und es scheint ihn nicht zu interessieren. Ich finde, das zeigt, wie unantastbar er sich gefühlt hat. Wie überlegen. Doch nach einigen Tagen wird Jack wegen einem Anruf bei einem Verlag lokalisiert. Er ruft nach elf Tagen auf der Flucht an, weil er Geld braucht. Er glaubt, dass er Rechte an seiner Geschichte verkaufen kann. Es wird also eine Geldübergabe inszeniert. Als Jack das Geld in Miami abholen möchte, tappt er in eine Falle. Er wird im Februar 1992 vom FBI festgenommen. Nur knapp ein Jahr und neun Monate hat Jack Unterweger in Freiheit verbracht, bis er wieder im Gefängnis sitzt. Er selbst gibt sich als verzweifelter Mann, der nicht versteht, wie er in diesen Fällen verdächtigt werden kann. Er ist 42 Jahre alt und er hat zwei Jahre Freiheit. Wegen der Morde an den drei Prostituierten in L.A. verzögert sich die Auslieferung von Jack. Das FBI möchte erst diese Fälle prüfen. So wird Jack nach Monaten dann nach Österreich überstellt. Jack sitzt daraufhin mehrere Monate in Untersuchungshaft. Bianca hält in der Zeit weiter Kontakt zu ihm und unterstützt ihn, auch finanziell. Selbst Jahre später ist sie weder von seiner Schuld noch seiner Unschuld überzeugt. Kurz vor dem Prozess beendet sie aber den Kontakt zu ihm. Doch Jack hat in der Zeit auch Kontakt mit anderen Frauen. Es gibt wieder viele Frauen, die ihm Briefe ins Gefängnis schicken. Eine davon ist Astrid Wagner. Sie findet es unfair, dass die Medien scheinbar beschlossen haben, dass Jack schuldig ist. Astrid möchte Jack angeblich Mut machen. Irgendwann besucht sie ihn in der Haft und er tut ihr leid. Astrid fühlt sich irgendwie verantwortlich für Jack und möchte ihn nicht hängen lassen. Sie verlässt sogar ihren Freund und schlägt kurz vor Prozessbeginn eine Hochzeit vor, um Jacks Bild bei den Geschworenen zu verbessern. Was zur Hölle? Jack lehnt das Angebot ab. Die kriegt auch noch einen Korb. Vermutlich gab es auch noch andere Frauen, die ihm ähnliche Angebote gemacht haben oder zumindest den Kontakt zu Jack gesucht haben. Ich werde das nie verstehen. Im Juni 1994 steht Jack Unterweger dann wegen elffachen Mord in Gras vor Gericht. Und er versucht die Geschworenen von seiner Unschuld zu überzeugen und sagt zum Prozessauftakt, falls sie Fragen haben, stellen sie sie bitte und ich werde ihnen auf alles, wirklich alles, Antwort geben. Sehen Sie, ich habe den großen Vorteil, dass ich nichts zu verbergen habe, da ich nicht der Mörder bin. Seine Wortwahl ist natürlich geschickt gewählt. Und Jacks Vergangenheit zeigt ja, dass er der Master Manipulator ist. Doch die Geschworenen kaufen ihm das nicht mehr ab. Es gibt zu viele Hinweise, die gegen ihn sprechen. Zunächst wird eine rote Faser an einem Opfer gefunden. Einen Schal in der gleichen Farbe und mit den gleichen Fasern hat Jack auf einer Theaterprobe getragen. Diese Probe war im gleichen Zeitraum und in der gleichen Stadt, in der das Opfer verschwunden ist. Der Schal wird sichergestellt und siehe da, es gibt eine Übereinstimmung. Später wird in einem Wagen von Jack das Haar eines Opfers gefunden. Vor Gericht wird der Tatvorgang rekonstruiert, denn alle Morde weisen das gleiche Vorgehen auf. Der Täter, also Jack, fährt zu den Prostituierten. Er erzählt ihnen, dass er ein berühmter Reporter ist und nicht mehr in der Stadt mit einer Prostituierten gesehen werden kann. Deshalb bietet er den Frauen viel Geld, wenn sie mit ihm aus der Stadt rausfahren würden. Und dann fährt er mit ihnen in ein Waldstück. Dort sollen sie sich ausziehen. Sie werden gefesselt, geschlagen und stranguliert mit ihrer eigenen Unterwäsche. Dann lässt er die Frauen mit dem Kopf nach unten liegend am Waldboden zurück. Der Gerichtspsychiater Reinhard Haller unterhält sich mit Jack während der Zeit des Prozesses im Gefängnis. Die Gespräche laufen immer sehr höflich ab und Jack scheint Reinhard sympathisch zu finden. Vielleicht öffnet er sich deswegen so ein bisschen. Jack soll nämlich bei dem Gespräch gesagt haben, dass er es beinahe geschafft hätte, wenn nicht diese eine Faser gewesen wäre, an der es jetzt hängen bleibt. Vielleicht war das das kleine Geständnis von Jack, das Einzige. Am Ende kommt der Psychiater zu einer eindeutigen Erkenntnis. Ich diagnostizierte Unterweger als einen bösartigen Narzissten. Als einen völlig gefühlskalten, sadistischen Menschen, der Freude dabei empfindet, anderen immenses Leid zuzufügen. Und beim Töten seine Sehnsucht danach, entsetzliche Macht auszuüben, befriedigt. Es gibt diese Einschätzung des Gutachters, dann das typische Vorgehen von Jack. Er war außerdem immer in der Gegend, in der die Morde passiert sind. Und dann gibt es noch die DNS-Spuren als Hinweis. Das alles reicht, um Jack zu verurteilen. Allerdings reichen die Indizien nur aus, um ihn in neun von elf Fällen für schuldig zu sprechen. Viele der damaligen Fans und Befürworter von Jack halten sich während des Prozesses bedeckt. Ich glaube, das ist auch besser so. Der Journalist Günther Nenning sagt dazu, dass die anderen Prominenten der Kulturszene sich wohl verkrümelt hätten. Er selber fragt sich, Ich, der selbst sämtliche Petition fleißig mit unterschrieb, frage mich, bin ich mitschuldig? Nur sechs Stunden nach Jacks Verurteilung zu der lebenslangen Haft begeht er in seiner Zelle Selbstmord. Bis heute sind sich einige nicht sicher, ob Jack wirklich der Mörder war. Ich glaube, nicht vielen Selbstmördern in der Geschichte ist es gelungen, die Gesellschaft so gut zu täuschen, wie Jack es getan hat. Sie wussten von seiner schlimmen Tat. Sie wussten, zu was er fähig ist. Es ist unglaublich, dass er nur durch Literatur, durch Texte und durch sein Auftreten die Menschen davon überzeugen konnte, dass er nicht der ist, der er ist. Und das, obwohl die Texte ja sogar geklaut waren. Aus seiner Zelle heraus hat er es geschafft, ein gefeierter und berühmter Autor zu werden, der in seinem Leben nur falsch behandelt worden ist und falsch verstanden wurde. Es ist so verrückt, wie viele kluge und intellektuelle Menschen sich für ihn eingesetzt haben und damit einen Serienkiller freigelassen haben. Am Ende stellt sich wieder die Frage, wie geht man am besten mit solchen Menschen um? Grundsätzlich würde ich sagen, jeder hat eine zweite Chance verdient und jeder hat es verdient, als Mensch angesehen zu werden und auch so behandelt zu werden. Und dazu gehört, dass man Texte schreiben darf und dass man andere von sich überzeugen darf. Aber es gibt eben dann auch Menschen, die das Böse in sich tragen und die einfach eine Gefahr für andere sind. Was denkt ihr dazu? Lasst uns gern mal in den Kommentaren dazu diskutieren, aber immer respektvoll bleiben. Als kleines Appell würde ich für uns heute mitnehmen, dass wir immer versuchen, den Mensch vor uns ein bisschen zu durchschauen. Das heißt nicht, dass wir misstrauisch sein sollen. Man muss einander ja auch vertrauen können, sonst wird das Leben ziemlich anstrengend, wenn wir in allem etwas Böses sehen. Aber ich glaube, es ist trotzdem ganz gesund, wenn man sich nicht direkt einlullen lässt, sondern so ein kleines bisschen rational auf die Dinge schaut. Und das fällt mir als sehr emotionale Person äußerst schwer. Für die Frauen tut es mir unfassbar leid. Sie haben einfach nur versucht, Geld zu verdienen und sich irgendwie über Wasser zu halten. Ich hoffe sehr, dass es ihnen dort, wo sie jetzt sind, gut geht. Euch wünsche ich jetzt einen schönen Abend. Vielen Dank, dass ihr heute wieder dabei wart und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.